Mein Credo ist eigentlich, bevor man ernten kann, das kommt eigentlich auch aus der Landwirtschaft. Man muss das hängen und pflegen bis etwas entsteht und dann schnell über die Kante einbrechen. Das sind für mich so wichtige Aspekte. Kommst du mehr auf Baden-AZ hoch aus? Wir veranlassen oder initiieren Anlässe, die wir ausschreiben, die Mitglieder und Nicht-Mitglieder teilnehmen können mit dem Ziel, Wissen zu vermitteln, die jetzt zu motivieren und zu vernetzen. Dann schaue ich jetzt statt das machen wir das und das. Was ist das neueste Datum? Das sind zwei Grossanlässen, ein Forum im Frühling, ein Podium im September. Dann haben wir kleinere Anlässe, wo wir in Firmen gehen, Insight Treffen, wo wir anschauen, wie eine Firma etwas gemacht hat. Und dann nehmen wir viel in touch. Was macht Armin Strom so speziell? Das spezielle Armin Strom ist, wir machen von A bis Z die ganzen Uhrwege selber. Dann haben wir Stammtreffen, da haben wir drei Stammdorte. Zürich Nord, Rotkreuz und Baden. Und Last but not least haben wir noch Golf anessen. Das ist eine andere Sache. Dort geht es darum, die Leute noch nur miteinander zu vernetzen im Hobbyumfeld und das funktioniert alles sehr gut.